Du kannst abnehmen, aber diese dummen Menschen, was können die eigentlich? Wenn du doof bist, bist du doof, kannst du nichts ändern. Wenn du kräftiger bist, kannst du abnehmen. So ist es. Dani Büchner knöpft sich mit dieser deutlichen Ansage alle Bodyschema vor. Dieses Mal geht es aber nicht um ihre eigenen Kurven, für die sie in der Vergangenheit von einigen Usern heftig kritisiert worden ist, sondern um dieses neue Posting ihrer ältesten Tochter Jolina. Wir sind in einem Boomerang hochgeladen mit meiner Mama und ich muss ehrlich sagen, ich finde uns beide total schön da drauf. Und danach ging der Skandal auch schon los wegen meiner Hose. Ich hätte sie ja zu weit hochgezogen, also sie wären mir zu klein. Ich hätte keine Ahnung, was für eine Größe. Jolina erreichen sogar noch geschmacklosere Figuranfeindungen von vermeintlichen Fans. Doch deswegen einknicken und Trübsal blasen kommt für die Blondine nicht in Frage. Ganz im Gegenteil. Ich bin 21, ich kann anziehen, was ich möchte. Wenn es viele von euch nicht passt, dann tut es mir leid, aber ich werde nichts ändern. Und ich muss einfach darüber nachdenken, weil Mama werden auch Nachrichten deswegen geschrieben. Und ich verstehe nicht, warum man immer wieder Leute auf einem Aussehen verleidigen muss oder irgendwas sagen muss. Also ich weiß, was ich anziehe, ich bin mir bewusst und das wollte ich euch nur mal eben kurz sagen. Jolina fühlt sich schön, genauso wie sie ist. Ganz egal, was andere meinen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017